Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, nur ein ganz kurzes Spezialvideo, weil in der letzten News-Folge vor der Sommerpause hatte ich ja ein kleines Gewinnspiel noch gemacht, nämlich hier das letzte Damen-L-T-Shirt von der Berlin-Brettspiel-Con habe ich zur Verlosung ausgeschrieben und viele haben kommentiert, wie ich es gesagt hatte, mir ein Feedback gegeben für die Berlin-Con, vielen Dank dafür, das war auch sehr wertvoll. Und ja, aber jetzt wollte ich euch nicht irgendwie bis nach August warten lassen, wer jetzt der glückliche oder die glückliche Gewinnerin ist, deswegen hier ganz schnell die Verlosung, auch ohne News-Folge, dazwischen geschoben und Krohn darf jetzt die Los-Fee sein. Die Los-Fee, okay, ich wühle ein bisschen in den Losen herum und hole jetzt eins heraus. Eins darfst du rausholen. Es ist dieses Los. Was ist dieses Los und was steht drauf? Ich falte es auseinander und es steht drauf Gregor Tallig. Gregor Tallig, ja, herzlichen Glückwunsch, du bekommst dieses Damen-L-T-Shirt, aber ich hoffe, du kennst eine Dame, die das zu wertschätzen weiß oder kannst es verschenken. Ja, und nochmal vielen Dank an alle, die Feedback gegeben haben, nicht nur unter diesem Video, sondern auch auf unserer Homepage haben Leute auch geschrieben, im Forum haben Leute gepostet, E-Mails haben wir bekommen und Nachrichten und so weiter. Vielen, vielen Dank dafür, vielen hat es toll gefallen, aber natürlich gibt es Verbesserungspotenzial und da arbeiten wir auch schon dran. Wir freuen uns schon jetzt noch aufs nächste Jahr und ja, trotzdem sagen wir jetzt Tschüss und wir sehen uns dann letztlich wieder so richtig im September. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.